Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo zu Camp Rock 2 extra. Letzte Woche feierte Camp Rock 2 The Final Jam hier im Disney Channel Premiere und mir hat der Film richtig gut gefallen. Meine absolute Lieblingsszene ist das romantische Duett zwischen Mitchie und Shane, I wouldn't change a thing. Und was hat euch an Camp Rock 2 am besten gefallen? Wir haben uns mal umgehört. Ich fand den Film ganz toll. Wir rocken diese Bühne, als gäbe es kein Morgen, okay? Es war sehr romantisch und eben auch ein bisschen Chaos mittendrin. Also ich fand den Film cool. Ich fand den Song am besten, wo sie singen, dass sie nicht aufgeben dürfen, wo es dann darum geht, das Camp zu retten. Also ich fand die Tänze von dem Camp Star am besten. Mir hat eher das Rockige gefallen, weil es hat einfach mehr Pepp gegeben, aber natürlich war auch das romantische sehr schön. Es hat beides sehr gut gepasst. Also ich fand das Ganze am Schluss, wo die alle am Lagerfeuer waren und dann zum Schluss getanzt haben, sehr, sehr schön. Ich fand die Szene am lustigsten, als Jason mit den kleinen Junior-Rockern zusammen das andere Camp auskundschaften wollte. Okay, Leute, bleibt am Boden und rollen. Au, Steine! Okay, doch nicht gold. Ich fand lustig, wo die Mitschi eigentlich da irgendwas erklären wollte. Und dann kommen die auf einmal mit der Wasserschlacht. Das ist es, was ein gelungenes Sommercamp ausmachen sollte. Auf sie mit Gebrüll! Wenn ihr von Camp Rock 2 The Final Jam nicht genug kriegen könnt, dann geht einfach auf disneychannel.de. Dort gibt's alle Infos zum Film, exklusive Hintergrundberichte, alles über die Dreharbeiten in Kanada, jede Menge Musikvideos und ein Gewinnspiel mit coolen Preisen. Ich sage tschüss und bis bald, eure Amy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.